ja hallo mein name ist martin kalso ich bin autor der reihe quercher der krimis vom tegernsee und ich werde lesen online lesen am 14.2 dem valentinstag in schliersee online das heißt jeder kann dem beiwohnen ob er im bett liegt auf dem klo sitzt auf dem stepper steht oder in norddeutschland noch schnee schaufeln muss ich würde mich sehr freuen wenn ihr euch einschalten könntet in diese lesung in dieser zeit organisiert übrigens von der bücher oase in schliersee eine tolle idee die autoren die möglichkeit gibt einfach präsent zu sein unterstützt das bitte ich habe dann die möglichkeit auch mit ein wenig geld hier aus dem keller rauszukommen und wieder frische luft zu schnappen die bücher oase hat die möglichkeit bücher zu verkaufen und ihr habt die möglichkeit endlich mal den autoren leibhaftig zu werden und nicht nur in irgendwelchen komischen facebook post zu folgen ich würde mich freuen alle informationen gibt es bei der bücher oase auf der seite und ja bis zum 14.2 ich freue mich ein